Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier mitten, mittendrin sind wir. Nicht nur dabei, sondern mittendrin. Ja und ich frag mich, wie wir das machen sollen. Hier unten, das Teil ist ausgeschaltet, da fließt kein Strom. Da sollten wir hin. Da ist unser Ziel. Das Ding ist aber aus. Passiert nichts. Da ist auch nichts mehr. Ja, wir sind hier in diesem Relikt und wollen das jetzt neu starten, damit es wärmer wird. Aber, wie gesagt, da unten haben wir keinen Saft drauf, keinen Strom. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Danke, Sam. Obwohl uns das angezeigt wird, dass wir das machen sollten. Da unten haben wir schon alle Knöpfe gedrückt. Da können wir nichts mehr drücken. Das Einzige, wir könnten zurück und da drüben nochmal drücken. Dann gehen aber unsere Blasen aus. Dann kommen wir so schnell gar nicht wieder hier rüber. Überall. Dann gibt es noch einen Raum oben. Weiß ich auch nicht warum. Da ist noch so ein Maschinengewehrding drin. So ein Riesenpanzerteil, aber da ist nichts anderes zu holen. Vielleicht irgendwo in der Ecke steht eine Kiste rum oder so. Das könnte ja noch sein. Aber so hat das jetzt nicht ausgesehen, als könnten wir da oben irgendwas aktivieren. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, zurück. Dann sind aber unsere Schutzblasen hier aus. Die Schutzblasen sind aus, ja. Und dann... Zurück, ausschalten die Schutzblasen und dann rüber. Aber so schnell kommen wir da gar nicht rüber. Da kommen wir gar nicht so schnell an. Und dann sind da auch noch feindliche Gegner. Gibt es auch nicht feindliche Gegner? Ja, vielleicht ja. In unserer Welt schon. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Das ist auch nicht zum Drücken, oder doch? Ich glaube nicht, dass das was zum Drücken ist. Da sind zwei. Aber die sehen auch nicht so aus, als ob sie aktiv wären. Die haben wir noch nicht gedrückt. Da vorne sind aber auch ganz viele, die... Ach, was soll's? Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die sie brauchen. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Ja, aber dann hat er doch die falsche jetzt markiert vorhin, oder nicht? Brauchen wir die? Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Wo ist die... wo ist unsere Schutz? Wir haben unsere Schutz verloren und da hast du den Wendy schon wieder angegriffen. Und wir kommen so weit nach oben nicht. Ach, wir werden erfrieren. Ja, dir soll nicht sagen, Missionen fehlgeschlagen. Wir haben doch da abgespeichert. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die sie brauchen. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Oh nein! 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 Ja, schön. Können wir noch ein bisschen nachdenken vielleicht? Denn dieses wird mit Strom versorgt. Ich überlege gerade, ob da irgendein Rätsel hinter steckt. Oder ob man das einfach so ausprobieren soll. Jetzt kommen wir da gar nicht mehr rüber auf dieser Seite. So, das können wir ausschalten. Dann müssen wir da rüber flüchten. Dann können wir nur hoffen, dass das da drüben eingeschaltet ist. Die haben wir zum Beispiel vorhin gar nicht gesehen, meine ich, diese... Und die da auch nicht. Aber wo sind jetzt unsere wärmenden... Die wärmenden Dinger... Hier geht nichts. Oder kommen wir nicht rüber soweit? Die wärmenden Dinger sind da, wo wir jetzt nicht so hinkommen so schnell. Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Ja doch, wir schaffen's. Ganz knapp, wir schaffen's. Und wir haben's geschafft. Hey, komm noch ein Stück. Die Lebenserhaltung fällt aus. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Schon geschafft. Kein Problem. Oh, jetzt haben wir aber so viele Knöpfe hier gedrückt. Das muss doch jetzt klappen. Sollen wir die jetzt ausschalten hier vorne? Brauchen wir doch nicht mehr. Oh, das ist alles so, die Frage. Wir würden jetzt wahrscheinlich nur noch da rüber, hier rechts rüber... Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja, ja. Darüber jetzt, auf die andere Seite. Jetzt haben wir auf dieser Seite doch hoffentlich mal alles... Alles eingeschaltet. Ach, Menno. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Lebenserhaltung ist wieder online. Einmal gucken, ob das Ding schon an ist, hier vorne. Alles ist aus. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Die Tür geht auch nicht auf. Ach, hier stehen wir jetzt. Ja, was sind denn das für Speicherpunkte, bitteschön. Sonst noch ein Wunsch? Lebenserhaltung versagt. Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Ach, du hast doch hier abgespeichert wie ein Holzkopf. Also das gibt's doch gar nicht. Wie soll man denn hier wegkommen jetzt? Das ist... Wer speichert so? Ich doch nur sonst. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Da oben war noch eine Konsole. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Also hier oben. Da war noch eine. Aber die war schon aktiviert. Nein, ist sie nicht. Pathfinder. Das könnte Auswirkungen auf Ihre Flucht aus dem Reinigungsfeld haben. Aber wenigstens habe ich jetzt gesehen, was da wo passiert ist. Das ist aber auch egal, wenn da... Wenn wir das einmal anhaben, das Ding... Eine Konsole haben wir wahrscheinlich irgendwo übersehen oder falsch. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Könnte Auswirkungen haben hier, aber wie sollen wir... ...den sonst hier rüber? Das geht nicht auf. Da! Das Ding hätten wir nicht runterfahren dürfen hier. Bestimmt nicht. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Wir schaffen's. Lebenserhaltung versagt. Renn! Oh nein. Dann leg dich hin, ruhig. Kurz. Oh, wir stehen ja hier. Nein, da oben! Wir sind doch da dran gesprungen jetzt. Wieso hat sie sich nicht hochgezogen diesmal? Macht sie nicht immer so gerne? Also bis hierhin geht's scheinbar mit dem Strom. Haben wir hier irgendwo was übersehen? Hm? Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja, aber was anderes sehe ich hier jetzt nicht zum Drücken. Sag doch mal, du markierst die. Du hast nur einen markiert und der hat keinen Strom. Da sind wir wieder da, wo wir schon mal standen jetzt. Die Systeme versagen krank weiter. Wie so eine Tontaube, abgeschossen in der Luft. Man fliegt doch so ein bisschen weiter gerne noch. Wenn man schon erfreut ist. Eieieiei. Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Das ist immer noch nicht anders. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Kann mir mal jemand sagen? Lebenserhaltung ist wieder online. Hör auf mir sowas zu erzählen. Sag mir lieber, welchen Knopf ich hier drücken darf. Damit es weiter geht. Der ist aus. Hier oben ist kein Knopf mehr. Ich sehe hier oben keinen Knopf. Wir haben alle Knöpfe gedrückt. Müssen wir hier weiter vielleicht? Das reicht. Nein. Fass! Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Schon gut. Ach, wir haben Relikte. Da müssen wir erstmal die Relikte, die jetzt hier rumrennen, vielleicht. Die müssen wir vielleicht alle erledigen. Gab sowas schon mal? Ja, ich glaube es schon. Ich drücke die Tastatur gleich durch den Tisch hier. Bei der ganzen Springerei. Und aah. Panik. Keine Panik. Ja, wie jetzt? Ich würde ganz gerne unten die aufscheuchten. Das würde ich ja schon ganz gerne. Aber dafür müssen wir wohl nach unten. Das bringt alles nichts hier. Wir haben jetzt... Ich meine, wir haben alles gedrückt. Das sei denn, wir haben irgendwo was übersehen. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Das ist ja fies. Wir schaffen die Relikte, glaube ich, nicht, wenn wir da drüben rumtanzen. Von Blase zu Blase. Ja, aber da sind richtig heftige dabei. Ja, ja, aber anders geht's wohl nicht. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Das sei denn... Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Mach mal keine Panik. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Okay. Ja, wir haben aber auch keine andere Waffe dabei. Also da sind... Diese Assembler sind, glaube ich, nicht so tragisch. Aber ja gut, wenn sie einen treffen, dann schon. Aber die könnte man eigentlich... Die hüpfen wir mal hin und her. Da ist aber ein Großer mit dabei. Sollen wir das riskieren jetzt echt? Ich plane gerade also da runter zu gehen und im Nahkampf die fertig zu machen. Und das mit dieser Waffe. Ja, aber die Waffe habe ich mir doch ausgesucht. Ha, die kann richtig was. Die ist richtig gut, die Waffe. Wenn wir die beiden... Euch... Wenn ich euch hier oben hinstellen könnte. Ihr friert ja sowieso nicht scheinbar. Wenn ich euch hier hinstellen könnte. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Wo bleiben wir hier denn immer hängen? Da ist doch gar nichts zum Hängenbleiben. Was soll das denn? Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Nein, diese Stachelbäume hier. Nicht vorbei. Ich weiß nicht. Haben wir einen erwischt? Ja, wenn dann höchstens den einen Assembler oder was das war. Das war ja jetzt nicht... Das war keine Kunst. Haben wir nicht mal erwischt. Hey, ach wirklich? Die müssen uns finden. Die greifen uns gar nicht sofort an. Der wäre... Der jetzt eigentlich schon. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Oder können die uns hier drinnen vielleicht nicht sehen. Aber ich glaube doch, die können uns überall sehen. Ich glaube doch, die können uns überall sehen. Hier warten. Jetzt ist die Zeitpunkt zum Angreifen. Oh, PB hat's erwischt. Von wo? Weg da! Weg! Ich sehe nichts. Oh Gott, John. Wo sind wir? Hier oben. Ach. Quatsch. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ach, weißt du was? Was ist denn da? Ja, da muss ich erstmal drehen, bevor er sich richtig aufbauen kann. Also bis er schießen kann, muss er sich erstmal in die Richtung drehen. Wo sind denn die beiden Kumpels, die wir haben sonst gemacht? Ist das so richtig? Ja, und dann erledigen wir die und dann kommen gleich die nächsten? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht so. Wir sollen die hier erledigen. Dann sollen wir das Ding einschalten. So rum geht das bestimmt nur. Schubst das Ding da runter. Oh, Aua. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Schon gut, schon gut. Wir haben es gleich schön warm hier. Siehst du? Warm. Ach, was macht die beiden? Ich dachte, ihr habt die schon erledigt, die beiden. Nein, 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 nein. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Nicht speichern. Nicht gut. Ja okay, wir suchen. Also das war der ganze Trick. Jetzt ehrlich. Jetzt wäre das an. Echt. Jetzt wäre das an. So, Fluchtweg. Fluchtweg? Na, ihr langt nicht. Dann müssen wir das drüben wieder einschalten. Damit das hochfährt hier unten alles. Da kann aber nichts hochfahren. Das hat doch jemand gesagt vorhin. Das würde uns an der Flucht vielleicht hindern. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Also sollten wir da rüber. Lebenserhaltung ist stabil. Den Fluchtweg einschalten. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Wir, also einmal ganz rum, da rüber und den Fluchtweg wieder einschalten. Ja, sehe ich das richtig? Ja. Ach, Pflanze. Ja, wir sind gefangen. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Lebenserhaltung wieder hergestellt. Oh. Ah. Oh, okay, okay, okay. Da können wir also drauf. Wenn wir fliehen gleich. Dann können wir da rüber. Hier durch. Müssen wir uns hier aufwärmen. Da werden wir keine Zeit haben für... So, hier dran vorbei. Da drüber, drüber, drüber. Und dann hier. Wie geht's hier weiter? Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Hier rüber und dann da rechts rum. Das kann ich mir doch nicht alles merken. Was weiß ich, wie viel... Eine Milliarden Mal müssen wir da... Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wieder hergestellt. Versuchen wir das schon mal so hier im Fluchtweg. Vielleicht sollten wir zwei, dreimal üben. Wäre das schlau. Das wird schon losgehen. Wahrscheinlich machen die dann auch noch oben das Tor auf, damit da dieses Maschinengewehr, Panzerteil, rauskommt. Ja, komm. Machen wir jetzt an und dann... Wir müssen nur sehen, dass wir auf diese Plattform... Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Okay, bereit machen zum Rennen. Ich hab's gewusst. Ich drehe mich gar nicht um. Ich bin ein Held. Nein! Wo ist das jetzt hin? Wir mussten hier irgendwas drücken. Drück das! Es kommt näher! Bewegung! Nein! 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 Ich hab das im Vorbeirennen gesehen und dachte mir, wieso muss ich hier auf einmal was drücken? Auf zum Fahrstuhl, egal was hinter uns kommt. Wo dürfen wir jetzt noch mal? Wo hat er wohl uns... Die Reparaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten sie den Bereich durchsuchen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los! Los! Da kommen noch mehr Böse! Lass das! Ich bin doch hier am Rennen, Mensch! Sohle, von welcher Seite, von welcher Seite? Ausgezeichnet gemacht! Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier! Ach, echt jetzt? Geschafft? Nichts wie weg! Der hat die Tür versperrt. Hinter uns bricht alles zusammen. Wir sind ein Held! Wir drehen uns nicht vor uns. Die Lufttemperatur ist seit der Aktivierung des Gewölbes um 13 Grad gestiegen. Aufgrund der geringeren Wolkendecke wird die Sonnenenergie dramatisch ansteigen. Unsere Leute können hier ein neues Leben beginnen. Bikini raus! Sofort! Badehose! Boxershorts! Sexy! Bikini und Boxershorts! Sehr klasse! Hey, 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 hey! Liebe Welt da draußen! Bikini und Boxershorts! Hashtag für diese Folge! Daumen hoch für euch! Macht's gut! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!